So ist es hier in Israel. Da ist der letzte Tag vom Laubhüttenfest. Das ist ein Feiertag, ein sozusagen ein Schabbat, auch wenn Montag ist, weil es der achte Tag oder so vom Laubhüttenfest ist und da darf auch die automatische Drehtür nicht funktionieren. Das ist nicht so schlimm, das ist ein Rekruttor, das sind die drei Namen und das ist ein bisschen eng da. Da haben wir die großen Muskeln. Wenn man jetzt an der Seite schaut, da ist der Maartenhaus und da sind einige die wollen alle da rein und raus bei diesem einen Tor, das ist der Stephans Tor oder ich weiß nicht, das hat noch zwei Namen. Aha, was machen die da jetzt? Ja, es ist in der Kunde auch einer. Was soll das gehen? Da sind Autos. Da sind Autos. Das ist ja nicht möglich. Das ist ja nicht möglich. Unglaublich. Das ist jetzt die St. Anna Kirche. Das ist der Platz, wo die Eltern von der Maria der Tradition nach gelebt haben. Jetzt weiß ich noch nicht ganz genau, wo die Kirche ist oder irgendwo da? Da waren diese Erzbizider Dächer, wo dieser Blinde geheilt wurde. Die waren hier. So, da ist jetzt das Petesterbecken von der Bibel, wo Jesus den Blinden geheilt hat, der schon 38 Jahre eben, der da immer das Wasser holte. Und da haben sie immer solche Becken gehabt, die sie dann geflutet haben. Deshalb heißt das eben, und das war im jüdischen Glauben so, dass der Erste, der hineinstieg in dieses frische, noch sich bewegende Wasser konnte geheilt werden. Und da war er nicht der Blinde, der Gelähmte war das. Und er war immer zu langsam. Aber immer zu langsam. Und Jesus hat ihn geheilt. Da ist jetzt das nördliche Parsehen von diesem Petesterbecken. Ganz kann ich mir nicht vorstellen, wie das da ausgeschaut hat. Es ist alles mit Steinen und Mauern und das ist irgendwas Byzantinisches. Auf jeden Fall da war dieser Ort. Ja, Steine halt. So, das ist jetzt das Dach des österreichischen Hospizes mitten im muslimischen Viertel. Da sieht man gut den Felsendom, die Felsendommoschee und die Altstadt von Jerusalem. Ein Haufen Kirchen und Moscheen halt. Ah, ein Stück Heimat. Aus Jerusalem. Viele Menschen sind da, die verstehen sich. Viele fühlen gerade wie du und ich. Wir denken auch an Liebe wie ich an dich. In Jerusalem. In Jerusalem. In Jerusalem. In Jerusalem. In Jerusalem. Ja, also heute ist deutlich weniger los als letzten Freitag. Da war das ja unglaublich. Aber es ist noch immer relativ gut besucht, würde ich sagen. In Jerusalem. Das ist jetzt die Graves Kirche. Da geht man rein. Und da drinnen sind halt mehrere, die ganzen Konfessionen. Irgendwie haben die Orthodoxen und Katholischen auch diese verwalten. Und da sind halt tausende Leute unterwegs. Also Jerusalem im Oktober ist nichts für Menschen, die nicht viele Leute mögen. Ja, also Jerusalem ist. Shalom, 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 Shalom. Ich weiß auch nicht mehr, wann das war. Ah, da geht wieder ein frommer Jude. Und wir verlassen jetzt hier mit Eusarim. Shalom, Shabbat. So, da sind wir jetzt in einem arabischen Restaurant. Und da sind wir nicht alleine. Wie ihr seht. So, das ist jetzt unser letztes arabisches Essen hier. Ja, genau das. Ja, genau das ist ein Rekeklarisches Essen, wie das heißt. Ja, genau das ist ein Rekeklarisches Essen, wie das heißt. Am Israel, am Israel, am Israel, am Israel Chai. 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 Am Israel, am Israel Chai.